Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Heintinas Wonderlands. Okay, wir gehen mal der besessene Kuratorin hinterher. Habe ich den Würfel? Den habe ich noch nicht abgehakt, sehe ich gerade. Wie viel ist es denn eigentlich noch? Eine Schriftrolle noch, cool. Und halt die Nebenquests. Und das ganze andere Zeug, was hier noch ist. Bis denn. Zu schade. Dir ist klar, dass sie in Ordnung wäre, wenn du uns nicht alle dem Untergang geweiht hättest. Das geht auf deine Kappe. Siehst du das? Salissas Macht kehrt zurück. Aber eine Sache ist noch zu tun, bevor wir sie auferstehen lassen können. Wir müssen nun all ihre Aspekte zu einem bündeln. Dafür brauchen wir die legendäre Waffe. Zeitensorge. Salissas Zweizack. Zweizack? Ja. Wie ein Dreizack. Mit zwei Spitzen. Lass dich von deinem dritten Auge zum Labyrinth ohne Wiederkehr und voll endloser Qualen führen. Ah, klar. Fahr fort. Dieses Labyrinth hat eine lange und beeindruckende Geschichte. Es heißt, für den Schlüssel zu seinem Eingang muss man, ähm, äh... Was? Muss man was? Oh, verdammter verpackter Mist. Echt so? Was? Äh, wisst ihr, ich hab meine Kampagne testweise spielen lassen und hier sollten die Spieler die Sonne abschießen, um den Schlüssel zum Labyrinth zu halten. Äh, es hat aber einfach keiner hochgesehen. Und ich hab vergessen, mir eine andere Aufgabe auszudenken. Nun, was sollen wir dann stattdessen tun? Macht nichts. Alles gut. Tina überlegt sich was. Geht einfach schon mal zum Labyrinth ohne Wiederkehr und voll endloser Qualen. Äh, und hört auf, Fragen zu stellen. Geht klar. Okay. Mach mal. Ja, ich sag, bei den Fliegenden wünsche ich mir wirklich... Also, wer hat wirklich eine Projektkriegwaffe deutlich angenehmer. Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Ich meine, so geht's ja auch. Wo müssen wir jetzt hin? Darüber? Ah ja, okay. Da ist auch wieder Loot mitzunehmen. Cool. Okay. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir mal unauffällig hier rüber. Gut ausgewichen. Selbst die Prophezeiung sagt nichts über den Verbleib des alten Schlüsselsteins. Du musst ihn finden. Das ging ja schnell. Also, um die Tür zu öffnen, musst du folgende Worte sprechen. Klautunamius Baradadum Nektorium. Klautoveradalecta. Ist okay. Okay. Krampus, Bratun, Nippeltum. Das war furchtbar. Damit hast du die Wächter im Inneren alarmiert, die dich ganz sicher töten werden. Klasse. Solltest du wie durch ein Wunder doch überleben, finde den Zweizack. Der lang verlorene Schlüsselstein war also nur ein paar Meter entfernt? Und wir mussten nur irgendeinen Unsinn nachbrabbeln? Klappe, Valentine. Worte sind mächtig, du doofer Dämler. Autsch. Ja. Das sind sie wohl. Mwah. So. Ah ja, da haben wir doch noch Gedichtsseite. Nehmen wir mit. Würfel. Ich werde meine Pfalz. Aha. Die Geschichte erzählt von der verdammten Königin von Atlantis, deren Name nicht ausgesprochen werden darf. Man nennt sie nur noch die Herzfresserin. Die Göttinnen schlossen sie zur Strafe im Labyrinth ein, weil sie Salissas übles Treiben unterstützt hat. Sie ist nun verflucht, den Zweizack Zeitensorger zu bewachen und in alle Ewigkeit zu dürsten. Hm. So ein Pech aber auch. Gut. Würfel bitte. Glücklicher Rarara. Mhm. Läuft. Und plötzlich ist sogar was wert. So, das war der Würfel und dann ist da hinten noch ein Schusser. Hm. Ah, der wird da unten sein. Ja. Ah, praktisch. Drei, weil du dir Mühe gegeben hast. Drei minus. So, holen wir uns die noch. Irgendwo hier ist einer von meinen Schussern. Irgendwo hier ist einer von meinen Schussern. Finde ihn und brech ihn auf. Der große legendäre Zauberer Eldon ist gekommen, um seine Heimatstadt vor einem Dämon zu retten. Er rief etwas. Es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Wieder gab er vor, unser Freund zu sein. Wir werden unseren Bund vollenden und zu etwas wirklich Außergewöhnlichem werden. Das wollen wir mal noch sehen. Äh. Äh. Nju. Äh. Okay, wie soll man das schaffen? Achso, vielleicht kann man das auch irgendwo abschalten. Naja, ist mir zu stressig. Ist zum Glück kein Würfel da. Mach mal. Achso, ich bin gerade auf meine Nächte geschafft. Noch drei Wochen. Wir als natürlichen Sohn ist mit 3,35 gestorben. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich bin gleich geworden. Beim Versuch gestorben. Haha. So. Schön in die Falle gehauen. Falle, nicht Pfanne. Ähm. Hier rennt noch was rum. Aber ich glaube, hier war erstmal nichts. Okay, dauert noch ein bisschen bis die nächsten Sammeloblichte kommen. Cool. Nein. Gut, dann benutzen wir uns das Zeug hier mal. Oh. Genau, bleib einfach mal da stehen. Sehr gut. Schön weiter. Da hätten wir noch Leben, aber... Ah, hat sich wieder aufgefüllt. Okay. Das heißt, er ist nicht mehr relevant. Okay, ich bin hier. Oh. Hm. Oh, und ab nach unten. In Ordnung. Hm. Ja, da wird bestimmt nichts, nichts Schlimmes passieren bei. Ich habe so lange gewartet. Klingt nach der alten, dämonifizierten Königin von Atlantis, der Herzfresserin. Entschuldige die, was? Du hast mich verstanden. Mich dürste. Äh, ja, da ist sie. Aus dem Herzen der Hölle. Geh weiter. Der Zweizack. Danke übrigens für deine große Hilfe bei dem Kampf. Halt die Klappe. Schnapp dir den Zweizack. Naja. War doch schon ganz gut, muss man sagen. Aber die Kombo ist halt auch echt fies. Ähm. Hm. Immer noch nicht. Oh gut, ist ein bisschen was wert, nehmen wir mit. Von daher sollte das passen. Und wir haben auch noch eine Menge Platz. Cool. So viel Munition haben wir nicht verbraucht. Er ist übrigens enorm verflucht. Das habe ich sicher schon erwähnt. Also, wir treffen uns dann in Salissas ewigem Quell des Wohlseins. Beeil dich. Mhm. Danke für die Warnung. Nachdem nun Salissas drei Aspekte befreit wurden, wird sie damit beginnen, sich innerhalb ihrer ursprünglichen Schöpfungsessenz wieder zusammenzufügen. Sobald wir den Zweizack zum Ort des Spaltungsrituals gebracht haben, wird er sie wiederbeleben. Ich schätze, ich gewähre dir die Ehre, an meiner Seite zu kämpfen. Aber hör mir gut zu. Komm mir nicht in die Quere. Hm. Alles klar. Machen wir. So. Das ist, glaube ich, der vorletzte Würfel dann. Mhm. Kurz Zeug loswerden. Interessant ist es ja schon. Willkommen bei der Waffenschau. Hm. Hm. Ja, komm. Mal öfter mal was Neues. Ah ja, hast du direkt ausgewählt. Cool. Das ist jetzt auch eine Sache, die wir noch nicht geskillt haben, aber hey. Oder halt, äh, mitgenommen haben. Da wir gerade hier sind, ist das ja der vorletzte gewesen. Willkommen beim fantastischen Automat. Brauchst du was von mir, Brezensalze? So. Du weißt nicht, was du da hast. Tschüss. Hm. Dann. Irgendwo ist noch eine Seite. Ist die hier? Angebe ich direkt hier um die Ecke. Ja. Gut. Ein lieblich Zyklop saß in der Taverne. Wir waren wie vom Blitz getroffen. Wo das Gedicht herkam, gibt es noch mehr davon. Redet einfach mit dem Poeten in der Taverne von Frachthof. Mhm. Okay. Ähm. Das sieht gut aus. Da oben ist der letzte Würfel. Hey, kannst du mir kurz helfen? Ich würde es aber verstehen, wenn du keine Zeit hast. Äh, das sieht mir nach Nebenquest aus. Wo müssen wir denn hin? Äh, genau. Das sehe ich hier hoch. Ähm. Kann ich mir still den Würfel holen? Dann kommen wir ja später nochmal hin. Ah, du brauchst wahrscheinlich Hilfe. Äh, auf die andere Seite. Dann. Das ist ja jetzt die Frage, kommen wir da hoch? Nee, nicht von hier. Gut. Für später. Ich will erst mal die Hauptquest fertig machen und dann haben wir den Rest. Mhm. Ja, komm. Wir reisen mal schnell. Ei. Ja, kid. Gut. Uh, ja. Mhm. Wird es wirklich mehr Schaden machen? Ja, komm, holen wir einen Blitz mit. Ansatzweise neu ausgerichtet. Ich muss noch eins höher. Das ist leider doch nicht so nah, wie ich gerade dachte. Na ja, geht. Ah, die Rico-Schäden sogar. Hm. Okay. Gut, aber ich schätze mal, das geht jetzt wirklich dann Richtung Endkampf. Dann würde ich mal gucken, wie unsere neuen Waffen so sind. Und in der nächsten Folge platzieren wir dann hier mal den. Zack. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.